Woher kennen wir uns eigentlich? Oh hier ist Eisen Geil, da ist einfach mal Eisen unten im Wasser Wart mal, das habe ich schon mal gesehen Ey, wo muss ich denn hier? Ja da, du bist schon richtig Immer schön da dann Boah, das war knapp, ich hätte dich fast getroffen Was? Oh, danke für den Pfeil Du kommst hier nicht raus Hör auf, ich habe keine Pfeile mehr und ich bin gleich tot Ich wüsste, das geban, das geban Nicht wenn man gute Gründe hat Und der Kron mit Alex Ich glaube der gilt Hoffe ich doch Boah, wegen dem Haus habe ich auch schon eine Idee Wie ich das bau Boah, ich muss vielleicht mit meinem Hund spazieren gehen Hm Egal Hast du überhaupt irgendwann mal ein 100-Abo-Special gemacht? Nein Schlimmer Mensch Dankeschön Ich habe 40 Abos, ich bin ganz froh Ich habe heute Morgen geguckt und eine Stunde 40 Abos Und dann habe ich noch mal vor einer Stunde geguckt und eine Stunde 38 Und jetzt steht da wieder 40 Loh Ähm Wo laufe ich schon wieder hin? Scheiße I'm sexy and I know it Das ist ein Fini Ähm, Dings, ähm, Xino irgendwas So neuer Kenn ich nicht Ist eh größer als ich Kenn ich nicht Ich glaube der ist gar nicht größer, ich bin aber nicht sicher Weißt du ab, sonst kann die doch gar nicht mitmachen Das haben sie runtergesetzt, glaube ich Echt? Ist jetzt egal, hauptsächlich ist gut Wo bist denn du? Ja, hier kommt der drauf und left wieder Ja, der hat bloß geguckt, ob er drauf kommt Der ist gerade am Rändern Achso Hä, wo bin ich? Wo bist du denn? Aber da ist ein hässliches Haus, okay Hä? Soll ich dich töten? Alter, du sagst du ne Eisenrüstung Weil ich Eisen hab Cool, dich nicht Ja Jetzt hab ich noch vier Das war irgendwie nicht so schlau Egal Pixel ist schlau Immer schon merken Kannst du mir ne Eisenpick schenken? Ich hab nicht genug Ich hab bloß noch vier Eisen Und muss... Oh, gute Idee Ich sollte mir ne Eisenpick X machen Ach man Such dir selbst Eisen, du Hatser Ich hab acht Pfeile Boah, mein Inventar ist unaufgerungen Eigentlich hasse ich das Aber das ist mir gerade irgendwie voll egal Ich sollte mir mal Inventory Tweaks drauf machen Boah, nein, ey, scheiße Ich hol mir einfach richtig Sand Aber, äh, kein Dingens Und ich kann mir auch keine Ja doch, ich kann mir ein bisschen Holzkohle machen Ich kann dir ein bisschen Kohle abgeben Das wäre ganz freundlich von dir Wart mal, was kann ich dir abgeben So, so 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 12 Kohle gebe ich dir mal Das reicht für Rechenkünste Aber jetzt gehst du erst mal spennen Okay Schnell, bevor die Monster kommen Und dich holen So Gut Jetzt komm ich zu dir rüber Und bekrapsche ich Mach das einfach bitte in den Ofen rein, okay? Okay Okay Ich will dich aber bekrapschen Nein Oder auf dich draufkotzen Das kannst du machen Oh Das hört mich jetzt irgendwie an So, Two Girls from Cup Style Da kotzen ich glaube ich auch Das ist so weh, klar Hast du das gesehen, Two Girls from Cup? Nach den ersten 5 Sekunden habe ich ausges- Ne, nicht 5 Sekunden, ein bisschen länger Aber Hast du gerade hier Kohle runtergeworfen? Ja, ich sag doch Ich wollte auf dich kotzen Achso Alle Stamm ist da Ja Achso Ich bleibe direkt neben dir Dankeschön Kein Problem Warum ist das so schnell wieder leer? Könnte am Zombie vielleicht liegen Habe ich bloß eine Vermutung Oh, der Ferchi, der baut auch schön Ich baue schön Nein Ähm Beim Janik sieht man noch nicht viel Und das da hinten sieht man auch noch nicht viel Ich überlege mir gerade Ob ich schon mit dem Hausbau anfangen soll Aber ich glaube dazu Habe ich noch zu wenig Lahm Und zu wenig Ressourcen Und drum gehe ich jetzt einfach nur mal in die Mine Um zu minen Okay I Boah, wenn du leise bist, denke ich mir immer noch die scheiße Internet abgekackt Sand Das ist kein Sand Hä, warum habe ich jetzt wieder zwei Eisen? Hä? Ach, egal Eins, zwei, drei, vier Das reicht dafür Zack, gut Nein, das reicht ja nicht für Äh Da muss der gleich noch ein ganz bisschen reinmachen Ich frag mich, was Ben immer macht Weil ich sehe den irgendwie nie auf dem Server Ich sehe den immer Der ist vorhin bei mir am Haus vorbeigelaufen Ja, da habe ich ihn mal kurz gesehen Aber ich habe so das Gefühl, der meint eigentlich bloß die ganze Zeit Machen die auch immer so viel Zeug Weil der die ganze Zeit meint Ich meine, das ist ja heftig, wie viele MinePro und HD nach zwei Sekunden hier haben Ja, das ist nicht normal Ach, da ist der ganze Scheiß dort Hä? Eigentlich war ja beim Bei der vorigen Ich sag mal Season Aufnahmepflicht Aber MinePro HD hat es zum Beispiel nicht beachtet Hä, vor allem das Projekt ist doch von denen gestartet, oder? Ja Die halten sich einfach nicht an die Regeln Ja, läuft bei denen Ja Und darum habe ich mir gestern gedacht Nehme ich das meiste mal nicht auf Aber so ein bisschen habe ich dann doch noch aufgenommen Damit ich noch eine Folge habe Genau Ich habe einfach noch richtig viele Folgen Aber noch nichts hochgeladen Danke Pro Wie lange haben du und Alex dann aufgenommen? Äh Ich bin nicht Okay Wie lange haben du und KB denn aufgenommen? Oder Kai, oder? Weiß ich nicht genau Weiß ich nicht mehr Das ist mir so recht Fails sind mir noch passieren Egal Pixel ist kompetent So heißt die Folge, das weiß ich jetzt schon Ah Cooler Folgen Aber wir wählen eben eindeutig schon mehr als eine Folge auf Ja Eindeutig Da ist Redstone Wir sagen wir machen uns zu dritt dann so in diesem Feld Ich wollte mir eigentlich da unten rein in ein Feld bauen, wo du mich gerade angekotzt hast Ja Ja das ist aber nicht so ein Dingsfeld Elektrisches Achso Mit Redstone Und bauen wir uns dann eigentlich oben hin So Dings Da läuft ein Arm hier oben Auf dem Shader sieht man immer total weit die Narben Hä Wom komm ich da nicht hoch? Ich bin einfach zu dumm dazu So hier ein wunderwunderschöner Teich Der ist nicht schön Scheiße Der ist nicht symmetrisch Symmetrisch Lass was symmetrisch sagen Okay das war jetzt gerade komisch Ja Natürlich Ich hab auch ein bisschen Angst So Wie viele sind da jetzt? Eins, zwei, drei Und eins, zwei, drei, vier Da ist überall Redstone Everywhere Und ich sing so schön Hä Ich verstehe immer gar nicht wie das funktioniert mit Wasser nachfließen und so Ich bin da ein bisschen zu doof für Wie Wasser nachfließen? Ja eigentlich ist das doch wenn du so ein See zum Beispiel an der Seite abbaust dann gleicht sich das Wasser da so wieder aus Wenn es eins hoch ist Ist es Und daneben auch eins hoch Ist es Dann müsste es eigentlich fehlen Nö Dann hat er keinen Bock weil du Alex heißt Äh bist Oder was auch so Hä Egal Dann mache ich das was anders Dann baue ich hier einen schönen Fluss runter Der ist nicht schön So jetzt kann ich wieder meine tolle Treppen hier bauen Ähm Aus Ey das benutzt eigentlich nicht meine Schaufel Ja Gute Frage Nächste Frage Ich hab irgendwie das Gefühl ich fährt gerade immer nur in 40 Unlustiger 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 Ja Kann ich dir zustimmen Gut Und du warst sowieso noch nicht witzig Und du warst auch noch nicht gut darin so zu tun als würdest du hören Das Bist du ja richtig Nein du auch nicht Ich weiß Ach jetzt fick doch die Wand an Fick die Wand an Ist aber auch was neues Ja das ist so eine Nicht schon was fickt die Wand und kack Äh äh kack die Wand an Ähm da ist Eisen EISEN So jetzt brauche ich aber erst Cobleu Le Cobleu Ach Gott Ähm nein Nicht dahin So Jetzt Man braucht ganz viel Cobleu Damit ich mich hier herumbauen kann So das sieht doch schon mal schön aus Das gefällt mir nicht Nein Oh Gott verdammt Jo dann muss ich mir jetzt wohl mal einen neuen Crafty-Themen machen Und ich hab hier gerade Skype nebenauf Und dann guck ich mal was die hier so reden weil da die ganze Zeit Nachrichten kommen Ja ich bin da beschäftigt Ja ja ich auch natürlich Oh ich seh deinen Namen Toll für dich Ähm ähm Lebst du noch? Ne Oh Schade Irgendwie Irgendwie Was ist falsch bei dir? So ein Fail Da hat Eiter gesagt Er muss In einer Stunde Wart wann hat er denn das gesagt? Um 18.19 Uhr hat einer geschrieben Ja ich bin in einer Stunde fertig Mit Rändern Und dann ist das Rändern abgestützt Um 18.52 Uhr Das ist ziemlich ärgerlich Vor allem wenn du es auf deinem Wenn du bloß einen PC hast Ja Weil du kannst halt deinen Computer einfach nicht richtig benutzen in der Zeit weil sonst dauert es noch länger Das stimmt Ne ich glaube ich baue hier doch nicht Dingens in der Farm ich weiß nicht was ich reinbauen will Ich wollte eigentlich eine Baumfarm bauen aber ich stehe immer draußen Bäume deshalb Wart mal warum habe ich gerade Ich habe noch eine Eisenpickles dabei Ich habe den Und ich habe den Restoom nicht abgebaut Scheiße Scheiße Du kannst ja schon mal ein Feld aufschütten Dann können wir uns gleich Hier unten um der Dingsfahren machen Wo denn? Ähm Auf der Irgendwo auf der Riesenwiese so Ne Also diese glatte Fläche bei meinem Haus Die wird ja Also da kommt ein Haus oben drauf Aber so ein bisschen entfernt Neben meinem Haus ist so Ganz große glatte Fläche Ja dann musst du halt noch die Bäume weg machen und dann aufschütten Ja kann ich machen Gut Damit wir auch genug zum Essen haben Und genug um Na eher genug um die Kühe zu füttern So Und dann hole ich mir jetzt mal das Redstone schon mal Da wird es brauchen Ähm Dazu mache ich mal das Wasser hier weg Boah es ist so spannend Wasser hoch zu schwimmen Ja das ist immer richtig geil Boah jetzt werde ich beinahe ausgeflippt Eigentlich muss ich jetzt weg Aber Na ich bin so ein harter Bursch Ich bleibe einfach hier Wo musst du denn hin Mit meinem Lieben lieben Hund die Gassi gehen Du musst doch nicht immer zur gleichen Zeit raus oder Nein aber Das kannst du auch später machen Ich sollte eigentlich jetzt raus Wurde mir mitgeteilt Aber ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen hier und mache das gleiche Ja dann sagst du einfach das ging nicht anders Das war wichtiger Termin Sure Wichtige Aufnahme für den Together Network Für den Together Network Ja ich stelle das hier werden die Landkrebsen von der Welt und dann guckt das einfach niemand Ja Bei dir sowieso nicht Außer diese komische Sophia Grüße an dich Wollen wir uns mal treffen Ja die nimmt das jetzt ernst Und gleich Gleich kriegen wir irgendwann noch richtig Anschluss Weil wir angeblich Leute mobben Also du kannst mich natürlich bei Skype retten Dann können wir mal was ausmachen Nein ich sag den Namen jetzt nicht Hm Ich würde mal raten Irgendwas mit Pixel Was mit Player Nein Nein klar Ja Hey du hast deinen Skype Kontakt doch auch immer auf deinem Kanal Dings stehen oder nicht Nee Woher kennen wir uns eigentlich Über Kai Ach stimmt wegen seinem Server Ja wegen seinem Server der doch nicht online gekommen ist Wir haben so viel Arbeit reingesteckt So viele Parcours gebaut Aber Kai hatte dann keine Lust mehr Ja schade schade Ja mal gucken wie lange das hier durchzieht